Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem Wettungslosenkanal. Ja, eigentlich sollte heute das Tutorial zu dem Ampelsystem kommen, wo ich gerade draufstehe. Allerdings wird das auf morgen verschoben. Heute würde ich sagen, kümmern wir uns noch ein bisschen um die Bank. Und ich würde dann auch sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, wie ihr seht, wir haben die Bank nochmal auf eine zweite Etage erweitert. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil die Bank bis jetzt eigentlich ein bisschen kleiner geplant war. Aber wie wir gerade sehen, ist die zweite Etage auf der eigentlich geplanten dritten Etage. Deswegen, ja, mal gucken, wie wir das Video für heute leider beenden, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr kurzes Video eigentlich. Allerdings, ja, geht es, aber es geht es ja, aber wir sehen uns, also, wie wir sehen, wenn ich euch immer wieder das Video wünsche, wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. würde ich sagen. Ciao.